Was bringt die neue Woche? Wird sie herausfordernd oder entspannt? Für drei Sternzeichen brechen traumhafte Tage an. Fische Liierte Fische haben diese Woche beste Liebesvibes. Venus und Mars unterstützen die Partnerschaft. Singles sind enorm charmant und kommen bei potenziellen Flirtpartnern richtig gut an. Auf der Arbeit finden eure guten Ideen viel Zuspruch. Jungfrau Singles flirten viel und erfolgreich. Es könnte sich sogar die große Liebe unter den Bekanntschaften befinden. Liierte werden von Venus unterstützt und erleben somit eine rosarote Woche. Sonne und Merkur bringen zudem tolles Selbstbewusstsein. Skorpion Singles können sich auf prickelnde Flirts und heiße Stunden im Schlafzimmer freuen. Liierte haben jede Menge Spaß mit ihrem Herzensmensch. Ihr versteht euch einfach blind. Auf der Arbeit glänzt ihr mit eurer Kreativität. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.